Guck mal, ich war jetzt nicht der Schlauste in der Klasse oder so. Ich war nur in der Leistungs- und Begabtenklasse. Ich war nur in der Leistungs- und Begabtenklasse. So was hab ich nicht von innen gesehen. Uah, was ist das denn? Kotze. Das ist ein bisschen so, als würde man so einen abgestandenen Eintopf finden. Kannst du einfach den Mund halten? Warum hab ich denn nochmal so einen pinken? Ich glaube, ich hab leckere bekommen als du. Meiner war echt in Ordnung. Oh mein Gott, das war wirklich Abwasser jetzt. Existiert wahrscheinlich ein Bild von meinem Hoden im Internet, aber ein sehr verpixeltes und dunkles. Was ist der linke oder der rechte Hoden? Heute bei mir einer auf dem Laufband, bei dem es so richtig rund läuft. Der Berliner Streamer-Schlawiner Papa Platte. Oh Mann. Herzlich willkommen zu deinem anstrengendsten Interview deines Lebens. Hi, was geht? Ich freue mich sehr, hier zu sein. Oh, geht's dir eigentlich los? Es geht, es geht, es läuft. Es geht nicht nur, es läuft. Okay, okay. Wir spielen ein bisschen, es wird schneller. Es wird jetzt sehr schnell, weil wir machen Speed-Dating. Oh mein Gott. Okay, warte mal Karten. Ja, find, dann geht es auch. Welcher Name steht auf deinem Ausweis? Kevin Andreas Teller. Du hast es dreht? Ja. Mein Mann heißt Andreas, deswegen freue ich mich darüber sogar. Ja, mein Dad heißt Andreas. Cool. Wie lange ging dein längster Stream? 36 Stunden. Wow. Was hast du zuletzt gesuchtet? Sudoku. Sudoku? Ja. Sudoku und Schach sind aktuell meine Süchte. Wie toll aber? Aber online oder in echt? Auf dem Händen. Aber ich will mir jetzt so ein Heft kaufen im Kiosk, weil das ist ein bisschen cooler, bisschen geiler. Wie nennst du dein Erstgeborenes? Boah, gar keinen Plan, wirklich. Ich glaube einfach Champs. Champs. Weil stell dir vor, du kommst ins Kinderzimmer und sagst so, Champ hast du deine Hausaufgaben gemacht. Oder Junior, finde ich auch krass. Junior, ja. Was war dein letztes Urlaubssouvenir? So ein Küchenmagnet. Geil, so richtig schön, richtig Klassiker. Ja, meine Freundin sammelt die. Wo bist du besonders kitzelig? Hier, an der Seite, an den Rippen. Ah ja, okay. Womit ängstigst? Was ängstigt dich? Was ist ein ängstigt? Für ein Name ängstigt? Also was ist eine Angst vor mir? Mein Gott, wovor hast du Angst? Boah, wovor habe ich Angst? Ich glaube so Bungee Jumpen. Bungee Jumpen, falschen Springen. Aber ich will die trotzdem machen, die Sachen. Geil. Aber das sind glaube ich so, da habe ich Respekt vor. Auf wessen Rat hörst du? Von meinem besten Homie Dominik. Was war dein erstes Computerspiel? Stronghold Crusader, glaube ich. Wo inspirierst du dich? Im amerikanischen Markt. Ja, das ist zwar schön, aber es deprimiert auch sehr schnell. Ja, weil man kommt nicht an dieses Level ran. Nein, an dieses Level wirst du niemals reinkommen als Deutscher. Das ist einfach deprimierend, aber okay. Worauf schaust du bei Männern zuerst? Ich glaube ins Gesicht einfach. Also so Augen, oder? Augen würde ich sagen. Augenbrauen. Was kann man an dir nicht mögen? Dass ich sehr viele englische Wörter in meinen Sätzen verwende. Englische Wörter, was? Also ich benutze sehr viel Anglizismen einfach. Ah, so safe und so. Also wenn ich so rede, sage ich so safe, yo, was geht. Ja, 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 kenn ich. Wobei stehst du dir selbst im Weg? Bei meinem Content, bei meinen Videos. Oh, kenn ich. Ich mache mir da immer viel zu viel Kopf immer selber rum. Welches Ziel sollte jeder haben? So lange gesund zu bleiben, wie es geht. Also alles zu machen, was man machen kann. Sport, Meditation, gut ernähren und so. Wie würde dein Kochbuch heißen? Kevin Teller halt. Irgendwas mit Teller. Auch nicht schlecht. Ja. Welcher Star wünschst du dir als Nachbar? Dich und Held der Steine. Das ist so ein Lego-YouTuber. Kennst du den? Beste Mann, der muss hierher kommen. Echt? Held der Steine? Komm her, wenn du mehr... Hat der eine hohe Reichweite? Ja. Alles klar. Alle lieben den. Bei was musst du kichern? Ja, wenn ich gekitzelt werde und Spongebob. Spongebob ist die beste Sendung. Was für ein Problem hast du mit Kroketten? Guck mal, das Ding ist, ich habe kein Problem mit Kroketten an sich. Aber ich finde Kroketten... Kroketten sind so porno, ey. Nein, das ist Quatsch. Hä? Kroketten ist das Schlechteste, was man aus einer Kartoffel machen kann. Ja, okay, aber es schmeckt trotzdem. Stell dir vor, du bist eine Kartoffel und du endest als Krokette, der Geist. Scheiße. Aber das schmeckt doch voll gut. Ist ja trotzdem eine Kartoffel. Aber vergleich mal mit Kartoffelbrei. Ja, okay. Aber Kroketten sind so voll Kindheit, finde ich. Aber meine Meinung ist eh egal, weil ich finde auch Pommes nicht so geil. Und das findet auch jeder Quatsch. Also, aber Kartoffelbrei oder... Hat der gerade gesagt, dass er Pommes scheiße drin hat? Ich finde, okay, pass auf. Ich habe eine Frage an dich, okay? Wir drehen das jetzt um. Nein, 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 nein. Das läuft dir so nicht. Was? Magst du Kartoffelpuffer? Ich liebe Kartoffelpuffer. Okay, das ist... Nee, Kartoffelpuffer sind so schlecht. Ich finde, Kartoffeln sind so geil, dass man alles aus Kartoffeln machen kann. Ja, aber Kartoffelpuffer und Kroketten sind einfach nur... Okay, komm, jetzt habe ich Hungerfuck. Ja, weiter, komm. Worüber machst du dir keine Platte? Starkes Wortspiel. Ähm... Danke. Danke. Dass meine Familie und meine Freunde immer hinter mir stehen. Boah, tief, Digga. Boah, tief. Das war tief gerade. Wie gerne heißt du Kevin? Oh, es geht. Passt zu mir. Andreas besser? Nee, Kevin passt schon gut. Also, sei froh, dass du Kevin heißt. Mega! Das war's schon. Geil. Hinter dir wartet dein Backdrop. Dieser Backdrop will feierlich enthüllt werden. Und es ist so eine Art Bilderrätsel. Du bleibst da drauf. Ich bleib hier? Ja. Es ist eine Art Bilderrätsel. Ich bin sehr gespannt, ob du es knacken kannst. Oh mein Gott, was ist das? Dass du das verdrängt hast, kann ich mir vorstellen. Das ist die Fakultät der Elektroniktechnik der TU Berlin. Ach du Scheiße. Ja, da war ich ja kaum. Muss man aber dazu sagen, ja? Um hier mal fair zu bleiben, ja? In dieses Gebäude musste ich nicht ein einziges Mal mein Leben rein. Aber warte mal kurz. Okay, aber trotzdem... Okay, wow, okay. Dann haben wir halt einfach falsch recherchiert. Da habt ihr jetzt einen Fehler gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem hast du Elektrotechnik-Studium angefangen? Ja. Okay, aber nicht da. Nicht genau da, aber schon in der TU Berlin. Vielleicht warst du auch nicht so oft da, weil du bist ja dein Abi, da bist du hochbegabter gewesen in der Klasse. Kann man so sagen, ja. Warum wurde aus dir kein Fusionsreaktor Ingenieursgenie bei deinem Partner? Ja, weil Streaming und YouTube-Videos zu machen, ist dann doch ein bisschen mehr spaßig, als Elektrotechnik zu lernen. Okay. Gut. Ich glaube, das ist die traurige, leichte Antwort. Die knallharte, traurige Wahrheit. Nein, ist schon okay. Und Vollkrass, wir haben uns vorher schon kurz unterhalten, bevor die Kameras leasen. Ich bin sehr begeistert. Alle werden wissen warum, weil Tanzen ist einfach geil. Du hast zehn Jahre lang auf Wettkampfniveau Latein getanzt. Ja. Latein-Tänse, Standard-Tänse. Latein-Amerikanische. Latein-Amerikanische. Oha, spicy. Okay, also, ich selber würde sagen, nicht so gut. Aber so auf dem Papier haben wir ja in der höchsten Klasse, die possible war, also die möglich war für mein Alter, getanzt. Und ähm... Die zweite Frage. Genau, die zweite Frage. Ne, aber... Will man auch nicht, oder? Weil man reißt sich einfach die Köpfe ein. Ganz ehrlich, Leute, das ist nicht so sexy. Da könntest du wirklich dem Tänzer den Kopf abreißen. Das auf jeden Fall. Und ich hatte eigentlich fast immer eine Freundin währenddessen. Aber mein damaliger Tanztrainer hat immer gesagt, eine Tanzpartnerschaft ist ein bisschen wie eine normale Ehe. Ja. Aber ohne Sex. Also quasi eine normale Ehe. Ja. Oh. Wäre der Classic-Gag hier. Der Classic-Gag. Aber ja. Ne, aber hatte ich nicht. Und warum aufgehört? Ey, das ist übrigens traurig. Aber einfach wegen dem Job. Also, weil die Leidenschaft Streaming und YouTube zu machen, war halt leider ein bisschen größer. Aber ich bereue es manchmal ein bisschen. Aber peinlich ist es dir nicht im Nachhinein? Nein, gar nicht, oder? Peinlich ist es dir nicht im Nachhinein. Ah, okay. Ist ja auch gelogen. Ach komm, nein. Ich finde da hast keinen Grund. Mir ist es nicht peinlich, dass ich das gemacht habe. Aber wenn ich Videos davon gucke, dann schäme ich mich ein bisschen. Ohhhh! Ohhhh! Das gibt Crackspite Stopp für 4.000 neue Tweets, Bro. Holy Shit! Ich weiß nicht, ob ich das besser könnte jetzt so. Weißt du? Wenn ich das jetzt machen würde. Ja, ist doch auch gut. Ist doch auch schön. Bro, wie viel Video habt ihr gefallen? Dude, wie viel Video? Dude, what the fuck? Ich hab selber nichts für ein Video. Wo hat ihr das her? What the fuck? Ähm, wie beliebt war man in der Schule, wenn man super schlau ist und in der Freizeit getanzt hat? Guck mal, ich war jetzt nicht der Schlauste in der Klasse oder so. Ich war nur in der Leistungs- und Begabtenklasse. Ich hatte aber immer das Gefühl... Ich war nur in der Leistungs- und Begabtenklasse. Ja, ja, ja. So was hab ich nicht von innen gesehen. Guck mal, der einzige Twist, das einzige was anders war, dass wir zwei Jahre vorher aufs Gymnasium durften. Aber in restlich Deutschland ist es normal. Bei uns in Brandenburg geht man ab der siebten erst aufs Gymnasium. Aber im komplett anderen restlichen Deutschland ab der fünften. Ja, das ist zu früh. Und ich bin auch ab der fünften gegangen. Ja, okay, aber es ist trotzdem zu früh. Ansonsten hat sich nichts geändert. Ja, aber ich find's trotzdem, ich find's zu früh ehrlicherweise. Also ich find's ab der vierten Kacke zu sagen, wo ich hin muss. Und ich find's ab der fünften... Sechsten dann. Ja. Ja, aber ich hab auch das Gefühl gehabt, unsere Klasse war dümmer als die anderen. Also ich weiß nicht genau. Geil. Liebe Grüße an alle. Liebe Grüße an meine Klasse. Ja, du bist hier, sie nicht. Gut. Seit 2018 hast du auch einen Podcast, der heißt Edeltalk. Ja, Mann. Mit meinem besten Freund Dominik. Mit meinem besten Freund Dominik, ja. Heißt der Reesman oder Reesmann? Ja, also wir nennen ihn Reesmann. Okay. Reesmann, alles gut. Sein Online-Name ist Rees einfach. Und Rees, geil. Und ihr habt auch ein Buch dazu jetzt. Ja. Habt ihr die Folgen einfach nur abgetippt oder gibt's da was anderes? Ne, wir haben die besten Storys nochmal erzählt und auch ausführlicher. Also weil, keine Ahnung, im Buch kann man nochmal alles ein bisschen detaillierter so beschreiben. Und wir haben nochmal ein paar mehr Storys zu bestimmten Themen ausgepackt. Ist sehr geil geworden, finde ich. Du bist im Frühsommer Kuh-Partenonkel geworden. Ja, Mann. Richtig cool. Hast du den Glück wohl nach Dina? Ja, Maler heißt die. Und ich geb dein Kuhherz auf. Ja, ich will sie streicheln, aber ich trau mich nicht. Wow. Ist der beste Moment im Jahr bis jetzt. Ja, und die haben wir auch schon besucht jetzt letztens. Aber die ist nicht zum Schlachten da. Ne, genau. Die wurde genau gerettet. Also das ist so ein Gnadenhof, glaub ich nennt man das. Ja. Und seitdem bin ich auch vegetarisch. Also auf dem Weg dahin haben wir so McDonalds gegessen. Und dann stehen wir... Ja, ist mega dumm jetzt das so zu erzählen. Nein, das ist nicht dumm. Aber in dem Moment stehen wir dann da. Es ist überhaupt nicht dumm. Und dann sagt die uns so, jo wir haben diese sechs Kühe gerettet, die wären sonst für McDonalds geschlachtet worden. No. Und dann stehst du da und denkst dir so, Bruder, ich hab gerade so... Ja, ich hab jetzt schon wieder Gänse. Ich auch, krass. Aber guck mal, das ist doch geil. Und seitdem mache ich vegetarisch. So, eine Communityfrage haben wir noch. Bist du lieber bei Twitch oder bei YouTube? Äh, boah, das ist echt schwer. Ja, beides ist irgendwie geil. Gerade mehr YouTube, weil ich mich da einfach mehr ausleben kann. Oh, nice. Double Time haben wir jetzt. Wir haben doppelte Geschwindigkeit und spielen Lost in Translation. Boah. Boah, das ist auch wirklich schwer. Ja, komm, mach. Okay, also wer gewinnt, der gewinnt eine schöne, feine Portion Glücksgefühl. Geil. Okay, und ich muss immer buzzern. Ey, der Erste, der das mal sagt, ich vergesse es immer. Ja, du kannst buzzern. Also, es werden deutsche Texte vorgespielt. Ja. Und dann musst du den englischen Song dazu erraten und den Künstler. Ah, okay, verstehe. Und andersrum genauso. Und wenn du einen Künstler eine Anekdote dazu hast, erzähl sie uns. Okay, muss ich eine Frage? Muss man einen kompletten Songtitel mit Feature-Gästen und... Alles! Okay. Nein. Hau einfach raus. Komm, wir machen Learning by Doing. Can't find the words and I wonder, do you feel it too? Or is it not working for you? I go crazy when you kiss me. You are throwing me off, of course. The pulse just before exploding. Do you feel the heart alarm? S.O.S. S.O.S. Da. Da, 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 da. Blümchen? Krass! Ja, let's go! Oh mein Gott, was hast du mit Blümchen zu tun? Was hast du mit Blümchen zu tun? Herzalarm oder Herz an Herz? Boomerang. Ach ne, das war anders. Herzalarm? Krass. Was hast du mit Blümchen zu tun? Geiler Song. Absolut gar nichts, aber der Song ist ein Hit. Geil. Next one. Denn als das Dach einstürzte und die Wahrheit ans Licht kam. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Aber wenn ich ein Star werde, werden wir so groß leben. Ich werde alles für dich tun. Also sag es mir, Mädchen. M.M. Was sagst du? M.M. Dass du es nur gut gemeint hast? What? Nun, natürlich hast du das getan. M.M. Was sagst du? M.M. Was sagst du? Was sagst du? M.M. Dass es alles zum Besten ist? What you say, Jason Derulo? Ja! Oh mein Gott! What you say! M.M. Gibt es dazu Jason Derulo? Die Story würde ich erst nicht so gerne erzählen. Was? Du kennst Jason Derulo? Nee, nee, nee. Aber es gibt eine legendäre Story zu dem Song. Und zwar den Schwänze-Song. Den was? Ja, der Schwänze-Song, genau. Das ist so einer meiner meist aufgerufensten Videos gerade. Und ich hab quasi diesen Song gehört. Und hab einfach darauf irgendwas gesungen. Und es war dann so... Ich steh auf Schwänze hier, auf Schwänze da. Schwänze sind eigentlich geil. So zur Tür ist schnell zu define Mokyisch. Es war Ü-18-Kram. Okay. ilt sie das Dick aradaer noch nach? Nee, nicht negativ. Ach, wird das ja regelreig. Okay. Und sie Ich weiß, wer es ist auf jeden Fall. Wer sagt ein Shorty in Deutschland? Wer sagt ein Shorty in Deutschland? Wie heißt denn der Song? Ich komm nicht drauf. Ich weiß alles andere. Das ist Rin auf jeden Fall. Aber wie heißt der Song? Ja, Monika Bellucci. So ein geiler Song, wirklich. Rinn? Geil, haben wir letztens getroffen im Podcast. Wir haben eine Klappe da hinten. Oh, das erste Mal. Iltalk, die erste. Wirklich, so ein cooler Typ. Warte mal, ist Rin nicht sogar kroatisch oder so? Ja, genau. Das war funny, weil er hat mir so sein Lyubov-Zeug zugeschickt. Und meine Haushälterin in der Berliner Wohnung war auch eine Kroatin. Ja, da springt man gleich drauf an. Ich hab's auch gesehen, nämlich bei unserem... Ich glaube sogar, das ist ja nicht bei Sony, keine Ahnung. Auch mein Level-Boss, der hat das auch angehabt. Lyubov und ich gleich als Kroatin. Ja, genau. Und sie hat das auch so genommen und dachte so, hä? Geil. Das heißt ja Liebe. Ja, super Idee auch. Geil, Grüße. Ja, mega nice natürlich wirklich. Next one. It's beautiful, but not very long. And if you want, he's charming. And when he stands, he knocks. Will you let him in? Yes. Then it's your turn. I'm Rudy, Rudy the trunk pig. Ich bin so durch. Digga. Yo, was? I'm Rudy, Rudy the trunk pig. So let me be your trunk today. Was ist ein trunk? Was ist ein trunk? Humba, 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 Totoro, Totoro, Utoro. Kofferraum oder so, oder? Also lass mich dein Kofferraum sein heute. Das ist ein komischer Text. Was ist das denn? Warum guckst du mich so an? Weil ich schlage. Er ist schön, doch nicht sehr lang. Und wenn du willst, ist er charmant. Oh mein Gott, ähm. Und wenn er steht, dann klopft er an. Rudy das Rötelschwein von World Wide Wohnzimmer. Ah nee, warte, die heißen, wie heißen die? Dicht und doof. Dicht und doof. Dicht und doof. Geil. Ach man. Ist auch ein Hit. Krass, du hast mich voll abgezogen hier. Hast du schon einen Finger? Nein! Ich wollte nur mal fragen, ich wollte nur mal fragen. Oh, einen noch. Okay. Ich muss meine Ehre retten hier. Sacken. Ich bin mit der Band, ey, ey. Jetzt handelt sie aus der Tasche und versucht, meine Hose zu packen. Hundert Schlampen in meinem Wohnwagen sagen, dass sie keinen Mann haben. Und sie alle brachten einen Freund mit, yeah, ey, ey, ey. Oh, ich weiß. Ich war verdammter Hacken und knallte Peliers. Mann, ich fühle mich wie ein Rockstar. Ey, ey. Post Malone, 21 Savage, Rockstar. Wow. Digger. Magst du Post Malone? Ja, Mann. Ich hab ihn live gesehen. Ach, krass. Und das war eines der besten Konzerte überhaupt. Ja. Es ist so eine Person, die guckst du an und die gehört einfach auf die Bühne. Ja, ja, ja. Es gibt so verschiedene Charaktere, wenn man die auf der Bühne sieht, man sieht einfach, okay, das war deren Bestimmung von Anfang an, die mussten da enden. Ja, ja. Geil. Und Post Malone ist so ein Mensch übelst geil. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab gar nichts erraten. Das ist aber schön. Ich fühl mich wie ein Loser gerade ein bisschen. Soll ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen? Achso, es ist schon vorbei? Es ist vorbei, ja. Ah, das ist ja schade. Du musst dir keine Zeit lassen, aber dafür gibt's jetzt eine Revanche. Was kommt jetzt? Ekelhafte Shots, die im Abgang gern wieder hochkommen. Ich hab die vorhin im Kühlstein gesehen, die sahen lecker aus. Bist du nicht hier reingekommen ins Studio und dachtest, wer hat hier gefrottet? Ich dachte, das ist Mike, mit dem ich gekommen bin. Ich hab selbst gar nichts gesagt. Oh. Ich dachte, alle sind so okay. Er sitzt jetzt im Regieraum, komm gleich rüber und halt deine runter. Ey, Mike, kann Mike uns hören ganz? Natürlich kann Mike uns hören. Mike, tut mir leid, sorry. Tschuldigung. Alles gut. Also, das Doofe ist, dass ich leider mit trinken muss. Aber gut, wir kippen ein, wenn die Frage nicht zutrifft. Stimmt das? Wie stimmt das? Never have I ever. Oh, never have I ever. Ja, okay. Ich hab noch nie betrunken Sport getrieben. Sehr safe. Tja, hab ich schon gemacht. Dann trink. Ach so, dann muss ich trinken jetzt? Boah, das kann ich mir aussuchen, welchen? Du musst eh alle trinken, deswegen ist es wurscht. Oh, der war lecker. Ich hatte so einen leckeren Karottensaft gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Der war nice. Ich nicht. Aber du kriegst den anderen auch noch. Ich sehe, du hast diesen letzten hier. Okay, den trinke ich dann als letztes. Nächstes. Ich hab noch nie mit Nachbarschaftsjobs mein Taschengeld aufgebessert. Durch Jobs in der Nachbarschaft ist die Bar da unten in der Nachbarschaft? Also, ich bin einer von diesen peinlichen Influencern, die noch nie gearbeitet haben. Außer so bei meinen Eltern, aber das zählt nicht. Also Nachbarschaft, nee, kommt dann nicht. Ich hab noch nie ein Rubbellos am Kiosk gekauft. Oh doch, das musste ich ja mal machen. Oder durfte ich ja mal machen. Habe ich 1000 Euro gemacht. Oh ja. Ey, hau rein. Es ging eigentlich, wir haben 800 Euro rausgeholt oder so. Tschüss. Uah, was ist das denn? Kotze. Uah. Die sehen alle viel zu lecker aus. Die sehen richtig lecker aus, aber die schmecken... Na egal. Machen wir weiter. Ich hab noch nie eiskalt Schluss gemacht. Was ist eiskalt? Oh, schwer zu sagen. Ja, ja. Ich glaub, das hab ich schon mal gemacht, ja. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das sieht giftig aus. Sind die Sachen alle verträglich hier, oder? Das kann dein Magen dann entscheiden, aber in der Regel ist alles bio und vegan und abbaubar. Weiß nicht, wie es deinen Bauch abbaut, aber... Das ist so sauerkrautig hier. Na gut, komm, cheers. Cheers. Hast du einen Trinkgesprochen, geil? Nee, aber wir stellen immer einmal kurz vorher ab. Ja, damit... Was? Weiß nicht, das ist so ein Ding aus dem Süden. Ah, ja. Ich glaube, der kommt auch aus dem Schwabenländer. Boah. Ja. Boah. Das ist einfach eklig. Das hat keinen Spaß mehr jetzt. Okay. Es ist ein bisschen so, als würde man so einen abgestandenen Eintopf trinken. Kannst du es einfach nicht sagen, Mann. Also so einen richtig ekligen Faulkreif. Kannst du einfach den Mund halten! Okay. Uhhh. Okay. Ich hab noch nie nur fürs Karma Gutes getan. Uh, doch. Auf jeden Fall. Alles, was ich mache, ist fürs Karma. Okay, warte. Das muss ich mal kurz erklären. Weil es kommt ja voll bitchy. Also pass auf. Ja und nein. Also eigentlich schon. Aber ich habe in dem Moment mir dann beigebracht, dass Karma wirklich zuschlagen kann. Und deswegen habe ich es dann aus Überzeugung gemacht. Aber im ersten Moment dachte ich, hm. Aber dann habe ich es wirklich aus Überzeugung gemacht. Ja, ich denke mir so. Warum habe ich denn nochmal so einen pinken? Ich glaube jetzt nicht, dass sowas so existiert wie Karma im Sinne von, da ist jetzt irgendeine Person oben, die dann so guckt, was wir machen. Aber ich glaube einfach, wenn man… Ne, das ist aber eine Energie. Ich glaube schon daran, dass es was ist, was du raussendest. Genau. Ich denke mir halt, wenn man, sag ich jetzt mal blöd gesagt, an zehn Leute ein positives Signal ausstrahlt, wird man es tendenziell öfter zurückbekommen, als wenn man zehnmal scheiße ist. Da drauf. Cheers. So, Feuer abstellen. Hast du es gemacht vorher? Feuer abstellen, sehr wichtig. Schön. Okay, let's go. Ich glaube, ich habe leckere bekommen als du. Meiner war echt in Ordnung. Oh mein Gott, das war wirklich Abwasser jetzt. Das hat wirklich nach Abwasser geschmeckt. Was habt ihr denn da reingemacht? Das ist wirklich, wirklich eklig. Also den ersten und den vierten würde ich nochmal nehmen. Die anderen zwei waren komplett Quark. Ist doch aber gesund. Ich glaube, das räumt so den Magen auf. Das räumt eben den Magen auf. Okay. Ich habe noch nie mehr gezeigt, als ich wollte. Alles klar, perfekt. Da sind wir wieder bei der Hoden-Story. Ich habe noch nie durch meinen Job mehr gezeigt, als ich wollte. So ein besonders knappes Outfit anhattest oder so. Oder dass ich zum Beispiel im Stream irgendwie mein T-Shirt ausgezogen habe für meine neun Prozent weiblichen Fans. Bitte. Falls ihr weiblich seid und zuguckt, bitte abonniert mich. Ich versuche es gerade zu steigern. Das wäre nice. Ja, können wir mal kurz drüber sprechen, dass du, können wir mal drüber sprechen, dass du, dein... Warst du der linke oder der rechte Hoden? Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe... Also mein Hoden ist... Existiert wahrscheinlich ein Bild von meinem Hoden im Internet. Aber ein sehr verpixeltes und dunkles Bild. Also er hat sein Handy auf dem Boden gehabt, ist drüber gelatscht und dann hat man leider die Boxershort. Da war es ein bisschen weit in der Boxershort. Und ich war live, ja. Geil. Ja, das zählt wahrscheinlich, ne? Da muss ich jetzt auch... Ja, das trinke ich auch mal. Aber du hast auch getrunken. Ja. Das musst du jetzt auch erzählen. Das ist geil, das ist spektakulär. Also ich bin ja immer leicht bekleidet. Und ähm... Uah, was ist das? Ja! Endlich mal, ey. Und da kann es natürlich was. Ein Mann auf der Bühne ist man ja voll drin und lebt halt voll und so. Und wenn da halt mal was rausrutscht, hübsch. Ach so, okay. Ja. Cool, wir haben's. Okay, geil. Äh, dein letzte Teil ist am schnellsten vorbei. Am schnellsten vorbei oder laufen wir am schnellsten? Beides. Okay, cool. Äh, ich lenke dich ab. Du sagst einfach ja, nein, suchst dir eine Antwort aus. Oder wenn du es richtig auf dicke Hose machen möchtest, dann antwortest du einfach in ganzen Sätzen, okay? Ich hab's nicht verstanden, aber wir fangen einfach mal an. Mein Gott! Ich hab's so schön gesagt. Also, hast du dich schon mal in eine Followerin verknallt? Ähm, ja. Geil. Teller ablecken oder Teller waschen? Ablecken. Wie siehst du deine Traum-Date-Night? Wie sieht dein Traum-Date-Night aus? Äh, am Strand mit einem kleinen Bino. Oh. Und so ein bisschen Sonnenuntergang. Geil. Boah. Bist du, äh, Ideenklauer? Ja, auf jeden Fall. Stolz aber auch. Und ich geb immer Credits eigentlich. Oh, wie ist das? Rätsel oder Croissant? Ähm, schwierig. Croissant. Macht deine Mutter immer noch deine Finanzen? Ja, natürlich. Ich bin meine Finanzberaterin. Liebe Grüße. Martin oder Energy? Äh, Energy auf jeden Fall. Schenken oder beschenkt werden? Nein, das ist Quatsch. Äh, beschen... Oh, beides ist extrem scheiße. Beschenken. Oh. Ich hasse Beschenke. Keller oder Dachboden? Ähm, warte mal. Wenn ich mir jetzt mehr Zeit lasse, musst du ja auch mehr rennen, ne? Ähm, Keller auf jeden Fall. Viel kühler. Dachboden war die Hölle damals. Eistecizone oder Eisteepfirsich? Boah, schwierig. Kommt auf die Marke an. Pfirsich. Elefantenkot oder Mückenstich? Was war Elefantenkot? Oder Mückenstich. Elefantenkot. Boah. Also, hast du einen Lieblingstag in der Woche? Ähm, alles außer Sonntagweiners sind immer alle Leben zu. Das ist übertrieben Müll. Oh ja. Eigener Drink oder eigene Musik? Äh, eigenen Drink. Was? Du machst noch Musik? Weil es ist geil. Ja, Mann. Aber einen eigenen Drinks und eigenes Lebensmittel zu machen, wäre auch geil. Das war's. Aber sag mal, du machst noch eine Mucke. Stell dir vor, ich mach so einen leckeren. Die letzten hier. Den kauft keiner. Den würdest du kaufen, oder? Nein. Safe nicht. Ich hoffe, deine Musik ist geiler als der Drink hier. Okay, dann möchte ich die letzte noch mal ändern zu eigener Musik. Eigene Mucke. Okay, eigene Mucke. Kannst du Werbung machen für irgendwas? Kommt ein Song? Nee. Ist noch zu schlecht. Muss noch besser werden. Du! Nimm dir Beispiele an mir. Ich bin ja auch zu schlechter mit dir. Scheiß egal. So. Das war's ey. Vielen Dank. War voll cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Habe ich eine Abmoderation vergessen? Habe ich, ne? Weil ich mal eine Karte weggeschlissen habe. Ich guck mal kurz, was ich noch sagen muss. Nee! Draufbleiben. Okay, Entschuldigung. Boah, es fühlt sich an, als würden wir noch weiterlaufen. Das ist ganz cool gerade. Voll lustig, was ich gesagt habe. Pass auf. Kevin, für jemanden, der sich eigentlich nicht so bewegt, hast du dir gar keine Blödsinn gegeben. Verstehst du nicht? Du willst irgendwas... Gut, wir schneiden einfach hier. Wir schneiden einfach hier. Ciao, ciao. Macht's gut. Zack. Schon wieder eine Folge vorbei. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und ich bin jetzt on my way, mir eine Pizza zu bestellen. Und ich gebe euch noch eine Empfehlung. Wenn ihr nämlich auch ein bisschen Pizza futtern wollt, dann könnt ihr das tun bei meiner Doku. Die gibt's in der ARD Mediathek, My Time Is Now. Da gibt's sehr interessante Sachen zu erfahren. Pizza futtern, habe ich schon gesagt. Haut sie euch rein, lasst es euch schmecken. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.